Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Es geht um einen neuen Monatsreport. Ja, der Monat Mai 2016. Der Wolle Monat Mai ist vorbei. Wir sind inzwischen im Juni angekommen und ja, da haben wir uns natürlich einen schönen Monatsreport erneut zusammengestellt. Den fassen wir euch hier an der Stelle zusammen. Das heißt, der ausführliche Artikel ist bei SCB zu finden. Da könnt ihr auf jeden Fall hinklicken und gucken, wie alles im Detail ausgesehen hat, die ihre Arbeit von Cloud Imperium Games im Mai. Und bevor wir jetzt starten mit unserem Hot Topic, natürlich wollen wir uns ganz, ganz herzlich an allererster Stelle mal bei unseren Patreons bedanken. Die machen die Arbeit hier möglich. Ihr seid diejenigen, die uns wirklich hier dauerhaft unterstützen und die wirklich dafür sorgen, dass wir hier nicht nur dauerhaft unsere Arbeit machen können, sondern auch unserem Traum ein Stückchen näher kommen und vor allem das Equipment dafür kriegen. Aktuell hatten wir die neue Kamera jetzt. Jetzt geht es da drum, dass wir uns einmal auf die Gamescom vorbereiten. So ein Messebesuch ist nämlich teuer. Aber es geht vor allem um ein neues Funding-Goal, das wir haben. Von daher, wenn es euch interessiert, schaut mal auf unsere Patreon-Page. Wir haben nämlich jetzt ab der 1000-Dollar-Grenze, die bald hoffentlich erreicht ist, mit eurer Hilfe wollen wir wirklich in ein eigenes Studio investieren. Das heißt, wir wollen uns einen Raum suchen und wollen dann anfangen, dort zu drehen. Ja, da freuen wir uns schon drauf, wenn das verwirklicht werden kann. Ja, allerdings. Denn momentan bauen wir hier Wohnzimmer überall um. Ja, also das sind, ihr wisst es ja vielleicht schon, aber wir bauen hier halt Wohnzimmer um oder setzen irgendwo. Und da leidet das Equipment, es leidet einfach die Zeit. Wir haben, wie gesagt, ja alle auch noch sonst so Jobs und das wird dann immer alles ein bisschen chaotischer. Aber mit einem einen Raum, wo wir wirklich das Fest einrichten könnten, wäre uns ein ganz, ganz großes Stück geholfen. Und da sind auf jeden Fall unsere Patreons dran. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, ey. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für euch. Ach, mein Gott. Vielen Dank an euch von uns. Genau, vom ganzen Crash Academy-Team. Alles klar. Und jetzt haben wir euch lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt geht es los in das Hot Topic. Ja, und da haben wir die längste Testphase für einen Patch, die Star Citizen bisher erlebt hat. Fünf Wochen. Fünf, ja. Fünf Wochen hat es tatsächlich gedauert, bis Alpha 2.4 endlich live gegangen ist und nun für alle verfügbar ist. Also endlich können wir loslegen, uns an die neue Tastatur ranwagen. Das ist dein Trauma, ne? Das ist mein Traum. Traumthema, Trauma. Nein, also auf jeden Fall, er ist endlich da, er ist endlich live. Es gab viele Neuerungen. Wie gesagt, schaut da auch in unsere anderen Videos beim SCB Verse Report, haben wir auch ganz viel, ganz oft darüber berichtet, was alles drin ist. Ja, und ich würde sagen, wir tragen mal zusammen, was da nämlich los war. Ja, 492 Evocati-Tester, ja, haben getestet, haben sich 26.502 Mal eingeloggt und acht verschiedene Bills gab es in dieser Zeit. Und es wurden 1.400 und ein Bug reported. Ja, das war nur der erste Teil, nämlich der Evocati-Test. Danach ging es wirklich mit der ersten Welle und dann den zusätzlichen Subscribern los. Wir hatten 8.582 Accounts, die sich 185.009 Mal eingeloggt haben und zwar in insgesamt 20 verschiedene Bills. Das bedeutet, 3086 Bug Reports wurden dort hinterlegt, dann im Issue Council und insgesamt 65 Accounts haben sich in alle 20 Bills von 2.4 eingeloggt. Das sind schon mal Zahlen, die wirklich was zeigen, aber es war noch nicht alles, denn da gibt es noch die CAG-internen Zahlen. Ja, und insgesamt im Mai gab es 145 Bills, das heißt, es waren 18.350 Gigabyte an Daten. Ja, kann man schon mal präsentieren, finden wir. Und darum dachten wir, wir geben euch jetzt wirklich mal ein paar Zahlen auf den Weg. Also faul sind die da nicht. Nee, das stimmt. Und da sagen wir auch, okay, fünf Wochen ist doch nichts. So ist es, richtig. Wenn ihr euch ansonsten nochmal über die Inhalte informieren wollt, wie gesagt, schaut nochmal in die Videos rein, die wir dazu produziert haben. Allen voran die Spielinhalte und Features, die Weizen und ich da mal aufgenommen haben, als der NDA damals gefallen ist. Ja, und von da aus gehen wir dann auch von 2.4 in die nächste oder erste Kategorie und zwar in das Engineering. Ja, und da, wen wundert's, die ganze Engineering-Abteilung rund um die Welt. Weil tatsächlich jedes Studio war mit ein paar Leuten oder vielen Leuten an der Weiterentwicklung und Entwicklung von 2.4 beteiligt. Wen wundert's? Ja, also nicht. Surprise, surprise. Nicht. Nee, ich auch nicht. Nein. Ja, also wie gesagt, jedes Studio hat seinen Teil dazu beigetragen und ist da fleißig am werkeln. Wir haben uns jetzt an dieser Stelle mal aber speziell um ein Thema bemüht, dass wir das euch rantragen und zwar um Squadron 42. Da gab es nämlich auch wirklich massig Neuigkeiten, massig neue Features, woran sie arbeiten und was es da Neues geben wird. Richtig. Angefangen, ja, dass es jetzt an den Hintergrundanimationen gearbeitet wurde, dass sie nämlich implementiert werden. Genau, und da hilft übrigens das PU-Team. Das heißt, die helfen sozusagen, ich kann mir nur vorstellen, was sie damit meinen, dass im Hintergrund irgendwie so eine Starfarer vorbeizieht oder eben auch ein Schiff, was wir vielleicht noch gar nicht kennen, eine Starliner, eine Genesis oder was auch immer, da im Hintergrund vorbeizieht. Das heißt, die Hintergrundanimationen, da kriegen sie Hilfe von dem PU-Team. Außerdem werden die ersten Teile von Squadron 42 jetzt schon von QA getestet. Das heißt, Quality Assurance sitzt schon an den ersten Levels und an den ersten Abschnitten und fängt an, das Spiel wirklich zu testen da drauf. Außerdem werden Requisiten, wie sie es so schön nennen und Assets passenderweise eingefügt. Das heißt, bestimmte besondere Waffen zum Beispiel, Ausrüstungsgegenstände von den jeweiligen Charakteren, wie zum Beispiel Lieutenant Colton, das Mark Hamill ist. In der wurden jetzt zum Beispiel auch Requisiten eingefügt, dass er jetzt eben auch individualisierte Gegenstände hat. Ja, und dann ging es aber noch weiter, ne? Ja, es gibt jetzt zur Idris Story-spezifische Varianten quasi, die erstellt werden. Dann, ja, zur Waffe, ne? Zur Waffe, zur Hornet. Zur Hornet. Der Militärvariante. Da gab es auch Neuigkeiten. Also die macht Fortschritte für Squadron 42, also zur F7A Hornet. Richtig, so ist es. Genau, da geht es weiter. Ja, und dann wurden zusätzliche Szenen bei Imaginarium aufgenommen. Also da gab es gerade jetzt im Mai, im vergangenen Mai, einen weiteren Dreh. Und da haben sie auch mal ein paar Zahlen rausgerückt und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, da haben sie gesagt, 73% der Story hatten sie im letzten Sommer schon abgedreht oder waren im Prinzip im Kasten, hatten sie fertig. Jetzt, wie gesagt, gab es noch den anderen Dreh und im Juli wird es noch einen Dreh geben. Und wenn dieser dann fertig ist, also wenn das Ganze dann abgedreht ist, dann haben sie gesagt, haben sie eigentlich alles im Kasten, also alle Story-Elemente dann da, was sie brauchen. Ja, und jetzt fragen wir uns natürlich, meinen sie mit Story alle drei Teile von Squadron 42 oder wirklich nur einen? Ich meine, wenn man alle drei Tage Story-mäßig zur Verfügung hat, macht es natürlich jetzt mal so filmlogistisch gesprochen Sinn, alles zusammenzudrehen nacheinander. Das machen sie bei Kinofilmen ja auch mittlerweile, sodass sie drei Teile drehen und dann die nur einzeln rausbringen. Und das ist meine Spekulation, ich glaube, sie haben alles drei dann wirklich gedreht und fangen jetzt nicht nochmal in einem Jahr an Squadron 42 Teil 2 aufzunehmen bei Imaginarium. Das kostet nämlich auch ein Schweinegeld da, kann man sich vorstellen, wenn da die großen Kinoproduktionen sind. Vor genau einem Jahr waren sie eben da, haben den ersten Teil aufgenommen, jetzt geht es da weiter. Ich glaube, ehrlich gesagt, tatsächlich, dass sie alle drei Teile schon gemacht haben. Ja, kann ich mir auch verstehen. Ja, genau. Kostensparend. Und vor allem, es wird auch die ganze Zeit ausgebucht sein. Ja, ja, eben, darum. Deswegen. Ja, gut. Dann gab es was Neues zur Interaktion mit KIs, ne? Sub-Sumption-System. Ja, also daran arbeiten sie auch ganz fleißig. Also, wie gesagt, wie kann ich von den NPCs die Aufmerksamkeit auf mich ziehen im Spiel oder zum Beispiel, wenn ich schieße aus der Deckung, Befehle geben. Genau, das ist es. Sub-Sumption ist die nächste große Spielmechanik, die dazukommen soll. Das heißt, wir haben jetzt Shopping, wir haben im Endeffekt die Alpha-UEC, wir haben Persistenz. Sub-Sumption ist eines der nächsten großen Ziele, was sie ansteuern wollen und das ist, wie gesagt, KI-Interaktion. Das bedeutet, ich befehle KI, etwas zu machen, das heißt, geh da in Deckung, beweg dich dorthin, mach das und das. Oder eben schieß auf den Gegner, damit der auf dich schießt, damit ich mir den Gegner vornehmen kann. Solche Dinge sollen alle jetzt geregelt werden, solche Befehlsbäume. Außerdem, was ich sehr geil fand, waren die Action-Areas, die sie jetzt definieren. Ja, genau, da werden nämlich Räume quasi markiert. Also, ja, zum Beispiel der Hangar oder der Kontrollraum oder Maschinenräume. Und wenn ihr dort auf einen MPC trefft, der wird dann die Handlungen, die zum Beispiel im Maschinenraum nötig sind, ausführen. Ob der dann gut gelaunt ist oder nicht, das weiß man dann, wenn man auf ihn trifft. Denn auch die Gemütszustände sollen dann auch variabel sein. Da freue ich mich schon auf die reiblichen Charaktermodelle. Ach so, sehr schön. Jetzt wollte ich gerade, nee, ins Klischee wollte ich jetzt nicht gehen, aber das kam mir jetzt sofort. Guck mal, wie man doch an den Schubladen drin ist. Ich wollte gerade sagen, wenn die Köchin da mit Spaghetti nach dir wirft. Genau, so in der Art. Warum eigentlich die Köchin? So ist es, ja. Das stimmt. Also, dieses System wird gerade auch, daran wird gearbeitet. Da wird auch so Trigger werden auch möglich sein, dass man wirklich, wenn man als Spieler und Rang höher ist, reingeht in den Maschinenraum. Das eben dann zum Beispiel der NPC automatisch salutiert. Auch das soll dann passieren. Mit dem Subsumption-System ist jetzt, wie gesagt, der nächste große Baustein, der dazukommen will. Und das wäre ja schön, denn dann wird auch die Welt langsam mit KI gefüttert. Das wäre sehr, sehr cool. Ja, und das war es fürs Engineering. Wir gehen dann weiter in die nächste Kategorie, Design and Art. Ja, und da kommt ein großes Lieblingsthema von uns, nämlich die Piratenbasis des Spiels. Ja, die wird nämlich noch piratiger, noch gruseliger und dunkler und schmieriger. Genau. Ja, auf Port Olisar, wie gesagt, da werkeln sie dran, dass das Ganze noch ein bisschen, ja, piratiger und dreckiger wird. Da sind sie fleißig dran. Neue Shops wird es auch geben. Die sind in der Whiteboxing-Phase oder im Whiteboxing. Und sie haben aber auch gesagt, die Veröffentlichung wird wieder so gestaffelt stattfinden. Wie bei Port Olisar. Genau, erst mal wieder ein Terminal und dann das nächste und der nächste Shop und so nach und nach. Genau, das wird dann auf jeden Fall kommen. Ja, sie sollen sagen also tatsächlich, dass sie insgesamt schon relativ weit sind. Wir sehen schon, die Shops sind in der Whiteboxing-Phase. Das heißt, da wird es dann auch neue Shops geben. Es soll auch andere Kleidung mit dazukommen. Ich denke mal, mit ein bisschen Glück, nächster, übernächster Patch wäre die Piratenbasis dann zumindest für den Anfang bereit. Also für die erste Implementierung. Ja, das war aber noch nicht die einzige neue Station, die es geben soll. Es soll auch einen Truckstop geben. Da kann dann Weasen endlich seinen Kaffee und seine Bockwurst bekommen. Vor allem die Bockwurst. Ganz sicher. Also quasi eine Weltraumraststätte soll entwickelt werden oder wird gerade aktuell entwickelt. Sie sind schon relativ gut in Arbeit dabei. Das heißt, da sollen Spieler tanken können. Sie sollen was essen. Essen, Vorräte auffüllen. Genau, all diese Sachen sollen bei diesem Truckstop möglich sein. Wie gesagt, die ist eine schöne Weltraumkneipe dran. Fände ich auch noch super. Das fehlt uns nämlich bisher noch. Eine Waschanlage. Genau. Ach, eine Waschanlage. Ja, super. Das wäre cool. Ja, also von daher, die ist auch gerade in Arbeit. Ja, und ansonsten geht es dann auch noch um einen neuen Shop, der kommen soll. Ah, im Juni, ne? Genau, im Juni. Und da geht es also um Schiffsteile. Ja, ich schätze mal, es ist das Dumpers Depot auf R-Corp. Aber das werden wir dann erleben. Der ist nämlich gerade auch im letzten Schliff. Unser letztens, ja, auch schon. Genau, darum. Der wird auf jeden Fall jetzt im Juni ins Debugging kommen und in den letzten Schliff. Das heißt, ich glaube, wir werden mit dem nächsten großen Patch auf jeden Fall auch einen neuen Shop erleben können. Mal schauen, ob sie bis dahin fertig sind. Ja, was gab es noch Neues? Prozedural generierte Planeten. Das ist unser Lieblingswort, aber auch unser Lieblingsthema. Da wurde eine ganze Menge gemacht. Da gibt es einen internen Entwickler-Build. Ja, Quality Assurance ist da auch schon wieder fleißig dabei, das Ganze zu testen, auszuprobieren und an den Planeten Hand anzulegen. Sagen wir es mal so. So ist es, ja. Also da sind sie auch schon ziemlich weit. Das muss man sagen. Also starten, Raumflug und Landung, das soll schon möglich sein. Also dieser interne Entwickler-Build, der beinhaltet ein komplettes Sonnensystem. Und da haben sie wirklich ausführlich im Monatsreport drüber geschrieben. Und auch Brian Chambers hat es in einem Interview ganz, ganz ausführlich erzählt, dass er total begeistert ist, dass das jetzt wirklich in der Tastphase ist. Das heißt, dass mit mehreren verschiedenen prozedural generierten Planeten Landezonen wirklich auf der einen los, dann durch den Weltraum und zur anderen landen und laut shoppen gehen. Funktioniert jetzt schon auf Entwickler-Ebene. Ist noch nicht schön, ist noch nicht rund und funktioniert auf jeden Fall auch noch nicht für mehr als eine bestimmte kleine Anzahl von Leuten. Aber es ist schon mal da und es ist auf jeden Fall, haben sich viele im ganzen Studio sich das angucken können. Und man merkt schon, es sind die QAs, also die QAs sind am Laufen und das wird auf jeden Fall einer der größten, wichtigsten Punkte für den Sommer. Ja, genau. Gespannt sein. Richtig. Und dann sind wir auch schon bei unserem nächsten Punkt, ne? Schiffe. Was ist da los mit den Schiffen? Da haben sie gesagt, sie werden jetzt an den Schiffen arbeiten, die nicht für Squadron 42 benötigt werden. Das ist schon mal gut. Ja, genau. Ein schöner Punkt. Dazu gab es dann auch noch einen Hinweis, es wird vier unangekündigte Schiffe geben, die jetzt in die Konzeptphase gehen. Also wir haben keine Ahnung, was das ist. Vier völlig unangekündigte Schiffe, mal sehen, was sie sich da ausgedacht haben. Was sie allerdings gesagt haben, ist, alle diese Schiffe und alle die Schiffe, die jetzt auch entwickelt werden, die zielen auf bestimmte Rollen und Berufe ab, die man dann im Spiel ausübt. Erstes Beispiel davon wäre die Misk Prospector gewesen, genau, die eben fürs Mining da ist. Ja, und dann nächstes Beispiel wäre die Reliant Core, die als kleiner Transporter gedacht ist. Ja, und dann kann man sich noch ausdenken, was gibt es noch? Ich meine, man könnte wirklich sagen, hier die, wie heißt sie jetzt, nicht die Buccaneer, die ist auch so ein Schiff für Piraterie, aber eben auch die Dragonfly wäre eine Möglichkeit zu sagen, das ist eher so die Batterieschiene und Outlaw-Schiene. Und von daher mal schauen, was sie sich jetzt noch für Rollenberufe ausdenken, die als nächstes mit einem Schiff im Spiel vertreten sein sollen. Und von da aus ging es dann nochmal weiter zu den Komponenten. Da wird nämlich auch gerade aktiv gearbeitet an Reaktoren, Schildgeneratoren, Waffen und Kühlsystemen, genau, damit die über das Port-Modification-System jetzt auch im Spiel richtig ankommen und integriert werden können. Und weiter ging es dann nochmal mit dem nicht größeren Kahn, und zwar die Idris, ne? Ja, die Idris, genau, die, haben sie gesagt, wird es Sondermodelle für Squadron 42 geben, dass die in Arbeit sind. Denn ansonsten ist das Interieur nämlich fertig. Ja, genau. Das hat aber auch eine Weile gedauert, ne? Ja, das hat eine Weile gedauert, und wir werden sie auch noch eine Weile nicht zu Gesicht bekommen. Also von daher, Leute, die letzte Aussage dazu von Chris Roberts war, die Idris kommt nicht alleine vor Squadron 42. Das heißt, wir werden wahrscheinlich warten müssen, bis Squadron 42 kommt, bis die Idris da ist, aber sie ist an sich soweit fertig und wird jetzt eben intern umgebaut für Squadron 42, damit man halt spezielle Varianten dazu hat. Ja, und dann, was war noch? Der Bacanese, der ist abgeschlossen, erfolgreich, sehr erfolgreich wohl abgeschlossen. Also von der Schiffsanzahl, wo so beliebt wie die Hornet, hatten sie gesagt. Dann, was gab es noch Neues? Ach so, ja. Konzept zu Dragonfly hatten wir ja gerade das Thema. Genau, das ist fertig. Und der Konzept-Sale wird ab dem 17.06., also jetzt ab Freitag, losgehen. Und wird sehr günstig sein, ne? Ja, also 35 Dollar inklusive LTE. Ja, ist also quasi wirklich ohne, ist kein großes Geheimnis, ein Schnäppchen und vor allem ein LTE-Token. Das heißt, Tipp von uns ist da, wenn ihr ein Standalone-Schiff haben wollt, kauft euch dieses Schiff vielleicht auch mehrmals für 35 Dollar und dann macht ein Upgrade drauf. Und egal, welches Schiff ihr dann nehmt, da könnt ihr eine Constellation draus machen, dann hat die LTE. Weil das Package bleibt erhalten, was ihr kauft. Und wie gesagt, das Schiff verändert sich nur. Dementsprechend sind die sehr, sehr beliebt, die Schiffe. Und wird bestimmt ein erfolgreicher Konzept zählt werden, glaube ich schon. Ja, und von da aus bleibt uns am Ende. Auf jeden Fall, bevor wir zur Interaction gehen, noch der Hinweis. Geht doch mal bitte bei SCB auf unsere beiden Progress-Seiten. Also Progress auf der einen Seite und Schiffsstatus auf der anderen Seite. Schaut mal durch. Die sind extra dafür gemacht, damit ihr die Fortschritte mitverfolgen könnt. Auch von Monat zu Monat. Und vor allem, damit wir Feedback auch kriegen von euch und sagen, hey, da stimmt noch was nicht, ihr habt da was vergessen. Schreibt es bitte mal da drauf. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, und dann bleibt uns noch Interaction. Ja, und da machen wir direkt auch die Auswertung. Wir haben von euch wissen wollen, ja, was interessiert euch eigentlich am meisten an 2.4? Und da wurde eine kleine Auswahl gestellt. 9% von euch haben gesagt, mich interessiert die Schild-Mechanik. Boarding fanden 16%. Immerhin. Ja, immerhin interessant. Dann neue Schiffe 19%. Hätte ich eigentlich gedacht, irgendwie mehr. War mehr, dachte ich auch. Shopping ist auf dem 2. Platz gelandet mit 24%. Aber macht auch Sinn, weil die wichtigste Mechanik nach wie vor ist die Persistenz. Und das haben auch eigentlich fast alle so gesehen. Das heißt, 34% sagen Persistenz, ohne das macht das alles andere keinen Sinn. Von daher vielen, vielen Dank fürs Abstimmen. Im nächsten Monatsreport gibt es dann auch die nächste Abstimmung. Ansonsten ist die vom SCB-Verse-Report natürlich online. Könnt ihr auch gerne raufgehen auf unser Google-Plus-Profil. Und ja, wir sind durch mit dem Monatsreport Mai. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr gut fandet, was wir besser machen sollen. Und generelles Feedback zu den Folgen. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Und Schluss und letztendlich, wenn ihr uns als YouTube-Creator mit unserem neuen, nächsten Ziel, ein eigenes, kleines Atelier zu gründen, dann unterstützen wollt, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr, sehr freuen. Vielleicht findet ihr da einen Reward, der euch gefällt. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und Cecilia und Sawyer verabschieden sich mit einem See you on the Flight Deck. See you on the Flight Deck.